Der Medienkongress, ich bin jetzt insgesamt zum vierten Mal hier und ich finde es schon besonders, dass es also angelagert an die IFA doch hier, finde ich, für meinen Bereich um viel innovativere Themen geht. Drüben sehe ich halt die Waschmaschinen und die aktuellen TVs, wo man so denkt, ist das jetzt wirklich Innovation, aber hier werden wirklich interessante Themen diskutiert. Das finde ich super, zum anderen finde ich es toll, dass wir internationale Gäste hierher holen, um mit denen zusammen zu diskutieren, weil das häufig auch, sind wir in Deutschland noch so ein bisschen separat, aber es ist ein globaler Markt und es ist spannend, wenn jemand aus den USA oder Imagine aus Schweden zu uns kommt und wir gemeinsam über die Herausforderungen und Chancen unseres Marktes diskutieren können. Ich glaube, man hat wirklich hier eine gute Szene mit vielen interessanten Leuten, die ich zum Teil auch schon länger kenne, aber man trifft sich dann eben doch wieder nur auf solchen Anlässen und von daher bin ich happy. Ich bin hier nur ein paar Stunden, aber ich habe schon mehrere Leute kennengelernt. Ich habe die Party letzte Nacht gewonnen, aber ich habe mehrere Gespräche am Abend. Es ist eine große Netzwerksmöglichkeit und eine Erholungsmöglichkeit. Leute, ich habe hier auch schon mal einen schönen Tag, da bin ich ein bisschen Ich habe die Party, hier haben wir gemacht. Ich habe die Party, auch die Party, ihre Begegnung und eine Erholung, ich habe Ich habe die Party, auch die Party, die für diese Leute gebrauchen, ich habe drei Tage, zwei Tage, vier Tage. Ich habe die Party, auch die Party, da bin ich nicht informiert. Mein Unternehmen, ich habe die Party, dich auch das machen können, aber ich habe